Romy Haag heute, nach Jahrzehnten im harten Showbiz, unverändert schön, geheimnisvoll und erotisch. Die Künstlerin ist überall dort, wo das Leben pulsiert, am liebsten aber in ihrer Wahlheimat Berlin. Anfang der 90er moderiert sie auch den Hexenkessel. Neben Musik und Bühne hat sie in mehr als 20 Filmen mitgewirkt und dafür viele Auszeichnungen erhalten. Ihr zu Ehren singen jetzt Romy Haag und die blauen Jungs aus Bremerhaven, Lili Marlen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne, wo an der stehen, wie einst Lili Marlen. Aus dem stillen Raum, aus der Erde Grund und mich wie im Traum, dein verliebter Mut. Wenn sich die späten Nebel drehen, werde ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. So, look, I'm what I think, yeah. Leg dein Feuer um mich, trag mich auf der Haut. Schwingt mit mir im Wasserbettel, zieh die Hemmung aus. Ja, lieb mich in den Morgen, rrrr, nee, jetzt ab, lass mich an der Klebe nach, bring meine Herzen ab. Ich bin von Kopfes Fuß, ein Karriereband, Erfolgsprodukt der Zeit. Ich bin von Kopfes Fuß, ein Karriereband. Und jetzt, was ich will, von all dem Zeitpunkt? Qui sera ma vie, de tous ces gens, qui m'indifèrent, maintenant que tu es parti? Ich bin von Kopfes Fuß, ein Karriereband. Ich bin von Kopfes Fuß, ich habe viel oder kein Stolz'une Ready? Ich bin von Kopfes Fuß, ein Karriereband. Ich bin von Kopfes lookin'tı. Da ist kein Feuer, doch ich verbrenne so. Es geschieht, was ich nicht verstehe, aber mir quillt das, was ich fühl. Unser Hotel hat seit der Wende mehrere Etagen, deshalb rate ich ihn, nehmen Sie den Licht. Der junge Mann wird Sie nun begleiten zur Adenauer Suite an der Pfiff. Es ist das erste Mal, dass Sie hier übernachten. Es ist seit 1800 schon ein Top-Hotel. Berühmte Leute wohnten hier, fallen her. Wer hat auf Himmel, Robert Stoltz, Rudi Carell. Willkommen heute Deutschland. Die Piccolo takes care for das Gepäck. Wollen Sie bitte unterschreiben, Sie haben Deiners. Wir preferen American Express. Die Piccolo ist ein Wollen Sie die Hügel. Das ist das, was ich, was ich, was ich. Die Piccolo ist ein Zeug. Die Piccolo ist ein Zeug. Die Schwestern und die Schwestern und die Schwestern. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das Schönste ist, wenn Sie zufrieden sind. Let's go on with the show. 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 Let's go on with the show.